Ein Lastwagenfahrer aus Friseute ist bei einem Unfall auf der B212 in Bracke ums Leben gekommen. Der 80-jährige Fahrer hatte gegen 8 Uhr am Mittwochmorgen einen Rückstau zu spät bemerkt, der sich an einer Ampel in Höhe der Weserstraße gebildet hatte. Er soll laut Mitteilung der Polizei noch versucht haben zu bremsen und auszuweichen, prallte dann aber mit seinem Fahrzeug in den Sattelanhänger eines 53-jährigen Lasterfahrers, der rechtzeitig gebremst hatte. Der 80-Jährige wurde nach dem Aufprall im Fahrerhaus eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber wurde sofort alarmiert. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bracke, Hafenstraße und Goldswaden konnten den Mann allerdings nur noch totbergen. Der 53-Jährige blieb unverletzt. Die B212 wurde zwischen dem Goldswader Kreuz und der Weserstraße bis in den späten Vormittag gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 220.000 Euro. Dr. Wolfgang